wir hatten jetzt hier das duell hier schlag auf schlag kaum klemmt einfach die tasten fest gibt doch nicht mein schönes geld spielen wir da hat sich wohl die chance für mich vertragen warum hast du einen fufi kannst du ja einen anteil kaufen ein prozent aber wenn guckt hat die straße geholt hätte hätte ich handeln können mit ihm ja meint ich tausche die teuerste straße gegen eine andere straße aus ne aber meine teuerste zweite straße gegen ein bisschen kohle von dir habe ich nicht dran gedacht ein fufi hätte guckt er doch geboten was krieg ich da oh darf ich mal im knast vorbei ein wunder das ist meine erste runde vielleicht der hat ein cheater ich bin zwar noch nicht angekommen aber es kann sein dass meine erste runde ist einsteigen viel glück oh je neun wo im pink spring war jünger endlich würde man zick almosen zum erfolg für mich ist das reichtum wir können wir auch die karte verkaufen oder ich habe geld gekriegt wenn ich noch mehr geld sie sollten bauen ich sollte ich könnte nicht bauen aber du kannst mir die straße kaufen welche straßen die wo du gerade drauf warst er will nur häuser bauen und hotels wünsche mich nicht darauf einlassen ja ja und dann land ich drauf ja ja die letzten 250 sind dann weg endlich daheim haben sie schon über den ausbau nachgedacht das gibt eine kettenreaktion wenn ich dir die karte gebe ich sehe das schon kommen du bist dann derjenige der auch die blauen feldern häuser baut und dann handeln impics und laika sich die roten karten untereinander dann sind dann die nächsten und ich stehe dann da ach komm jetzt ja 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 und der gleichen klarscht 100 pro er sagt nicht so was ach du scheiße jetzt geht's ab jetzt werden die schlams aufgerüstet ja ja junge wie und jetzt wie kannst du nur ein haus bauen oder was warum das denn du kannst mehr bauen ne macht aber nicht ja du musst vielleicht mit der pfeiltaste runter ne mach spielzug beenden ein haus reicht ne er macht das nicht du musst auch na egal muss ich muss ich weiter klicken sie sind am zug wieder ein dritter wurf ja achtung barsch ja bestimmt oh glücker schade komm her jemand besitzt dieses grundstück bereich toll ja damit dankeschön also wie handelt man jetzt behandeln erst würfeln dann handeln erst würfeln erst würfeln handel ist der motor der geschäftswelt jetzt musst du mit pfeiltasten und so mal oh jetzt kommt ein angebot oder ja ich blick das hier gar nicht ich muss mit enter dann musst du das auswählen was du willst und dann enter ja und dann musst du rüber gehen oder halt anderes fenster geht alles über die pfeiltasten der will die straße plus 1447 und diese straße genau wie lautet ihr angebot das ist ja das ist ja so toll das ist unser todesurteil du kriegst mehr miete wenn da einer draufkommt wow und und könnte ich da vielleicht noch ein zwei andere händler mit einbinden und so ein gegen angebot machen dass ich dieses angebot nicht annehmen ja komm jetzt jetzt komm jetzt morgen noch in dem spiel hocken oder abgelehnt oder wie ne gegen angebot komm mal was raus hier das ist mal vernünftige honda melden wirst du jetzt alle meine karten haben oder wie ja siehst du doch zwei ist doch schon fast alles von dir aber guck dir mal die werte an was denn für werte guck da würdet ihr denn was für 380 anbieten und du noch für 100 ich biete ihm nicht für 380 an das hat er sich gerade ausgesucht abbrechen wie geht es das schlimme ist dass guck da dreck häuser bauen kann da gibt es auch ein was alter ich habe in der letzten runde habe ich das dreifache das vierfache ausgegeben um das zu zu kriegen was ich wollte ja wenn du nicht willst die orangene straße gegen eine wenigere straße nach was internet wieder ja ja bis auf null momentan der upload ach nee da will man mal streben und schon soweit und macht immer am meisten spaß passieren schlimme dinge schlaue investoren geben niemals auf 1400 auf die mieter straße wegnehmen die mieterin kannst du mir nicht erlassen doch natürlich kann sie dir zurückerstatten für eine runde wurde auf meine felder kommt manchmal muss man den preis bezahlen los ladja kann mir auch keinen vernünftigen handel machen die könnte auch diese wow ja er hat nicht gesagt dass du das willst ich habe nur gesagt dass du das nicht kannst ja irgendwie spinnt mein internet momentan keine ahnung eben war der upload war auf null sie müssen den spieler bezahlen sie sind dran irgendwie spinnt es auch niemand zu besuchen ne im moment nicht solange sie nur zu besuch sind haben sie nichts zu verlieren natürlich aber der hat immer noch 1457 ok nee was ist denn da los der ctex will mir ja die straße nicht geben dankeschön sie sollten bauen ach ja das gute internet ne wenn man es braucht ist es nie da aber ich kann hier doch nichts bauen ja keine ahnung das sagt er immer du mal sauer ihr zug beginnt jetzt geht's doch nicht ey geht's doch nicht mit Shane sie hat vielleicht geht's jetzt etwas anderes vor juhu vier ist nicht mehr viel fast aber jetzt noch mal lieber dort ein haus gebaut ja ich konnte ja nichts bauen keine ahnung warum hier grund was grundstück verwalten aber wo jeden der scheiß ja ja da war ich richtig ne kommst du nochmal zurück zwei zurück nein was hab ich gemacht hab ich gerade eine straße verkauft was oder keine ahnung was er gemacht hat glaubt das beim haus hast gerade verkauft eine ahnung ja jetzt kann ich jetzt nach oben und auf dem grünen häuschen da ja ja das habe ich ja eben versucht aber ich glaube jetzt hatte ich das eine haus verkauft kann sein kannst du noch mal dazu kaufen jetzt geht's los hier musste das andere glaube ich ach so man muss das man muss das immer wechseln jetzt hat er gleich kein geld ist mir scheißegal für miete zahlen bin doch scheißegal und da kommt keiner drauf in der zeit ach ja das werden wir sehen komm guck da komm 100 reicht 73 reicht gefängnis gefängnis egal ne frei parken ist das ne oh god das nenne ich sicher aber was habe ich daneben gedrückt alter irgendwas hat er gemacht ich weiß nur nicht was mir gefällt was sie daraus gemacht haben mir gefällt was sie daraus gemacht haben ich kann nicht bauen los würfeln sie ab und verdrücken ab und verdrücken ein barsch sie schon kommen der elendig sterben oh die hat noch keiner das ist ihre gelegenheit und sich ein grundstück zuzulegen sind sie bereit ich muss leider konkurrenzfähig bleiben viel glück viel glück ja los kommt nochmal und jetzt verliere ich alles was oh je ihre miete ist fällig oh oh weil nicht mal mehr 50 hast und dann noch so ein schlechter service nicht mal ne begrüßung oder so ja go rein jetzt verpiss dich ey meine häuser ja toll erdbeben du bist gut versichert ne konnte ich mir nicht mehr leisten egal da müssen die halt da wohnen bleiben was 150 und das für häuser zerstören oder was ja erfolg freigeschaltet hüxtreffer was ja gibt es erfolge ja toll ich bin am zu hier ich dachte schon alter wo bin ich jetzt wieder oh nein geben sie nicht auf durchhalten zum erfolg das war wieder reich naja der reichste von allen würfeln sie und sehen wir was die zukunft bringt irgendwie äh ich weiß nicht beim guck da läuft irgendwas falsch der geht gar nicht viel Geld runter ja ja jemand besitzt dieses grundstück bereits nur die ruhe vor dem sturm weißt du wenn er die eine karte kriegt von mir dann ist vorbei dann habe ich nur eine straße spielen wir es sei jetzt schon erbarmungslos ja ich mach dir ein angebot die straße für 400 zumindest müssen sie kein geld anbauen die orangene straße plus den bahnhof was du vorhin hatte ich gegen die hellblau ja hm hm vier grundstücke noch so sieht das aus ja dann wird es noch schlimmer das geld schon wieder drin war der abflugs wollte umknurrt mir der wund in einem ich hab da ein ungutes gefühl ja aber hättest du es gemacht hättest jetzt miete bekommen nein schon wieder in den knast bin ich wieder zu hause und darf jetzt noch mal bürfeln oder ja ich glaube schon sie nicht auf durchhalten ist der schlüssel zum erfolgen wenn du wenigstens die gelbe karte hätte so hätte ich sofort getauscht und noch eine hellblaue jetzt geht es los hier alter drauf die taste ist 1400 950 und es geht toll da zieht er wieder was ab weisse er schmackhaft machen jetzt noch was abziehen ach die willst du auch schauen ist der motor der geschäftswelt ja gut der handel ist der grundstein der geschäftswelt danke und schon noch mal verloren jetzt erst mal hotel bauen ja jetzt werden die beiden erstmal die rote karte und dann handeln ganz bestimmt ist das war ein fehler alle das war ein fehler ihr habt mich nicht davon ab garan alt das war taktisch unklug klug da war doch klar dass das passiert ja warum hast du das denn warum kann ich jetzt nicht mehr mittagspause die leute ja und er hat immer noch mehr geld wie wir alle hat er ja wieder gut hingekriegt jetzt muss er die eine karte kriegen ach du scheiße was die zukunft bringt ach du scheiße ist es bei mir sein geld habe ich jetzt gemacht gekriegt siehst du hast du hast nur die karte aber ich habe 100 das habt ihr gesehen ich habe hundern aber nicht sogar über sich gezogen sie text hat hat schon mal abgezogen wird drauf kommt er dann schon mal verrechnet sie hatten mit dem geld sicher etwas anderes vor danke für die spende ich bleibe lieber im knast muss ich sowieso ja das hat noch keine was genau die die ich wollte lasse ich doch noch mal lasse ich doch noch mal vom guck da über dich zieht was ist das denn ach ja und krieg kein geld jemand besitzt dieses grundstück über los und hat kein geld gekriegt es war kein los das war kein los bei parken war das trotzdem geld kriegen was die zukunft bringt manchmal muss man den preis bezahlen juhu mein knastgeld sie sind dran ausgezeichnet sie sind am zu doch du hast schon passt oder ja raus kannst ruhig eine runde drehen und dann ihr zug beginnt jetzt ob ich bin bei ctex ein bahnhof oder keine ahnung impact warum wollte ctex wieder ein bisschen geld gibt viel glück oje oje brosch ich bin wieder in den knast alter ja nun das kam ziemlich unerwartet cheater 3 ho für so ne billige straße viel glück viel glück da kommt jemand besuchen oder alle wollen in den knast jetzt und wow ihr zug beginnt jetzt geben sie nicht auf durchhalten durchhalten ist der schlüssel zum erfolg sobald einer auf die hotels kommen sie sie vorbei sie sind am zug er mich wird es als erstes treffen so gibt nicht so viel geld aus war da bis du bei mir bist sie sind dran mach kleine zahlen lass dir zeit um da hinten hinzukommen juhu juhu der macht im knast mehr kohle als außerhalb ja neues geschäftsmodell ja alle müssen in den knast im knast ist das wlan besser das würde ich sogar glauben ja das würde ich sogar glauben wird mich nie wundern wenn es wirklich so ist kann ich eigentlich auch zwei hotels drauf brauchen ne eins ist glaube ich maximum jetzt fängt an zu übertreiben größe ich verabschiede mich schon mal von euch boah jetzt kommt die höllenstraße ja willst du schon gehen warum du kannst ja immer noch deine straßen verkaufen holy shit ist billiger als die straßen ist billiger als die straßen das ist eine gefährliche ecke dort überall hotels die kohle war jetzt gleich millionär wieder etwas anderes vor wer die text absolut sie sind dran hat ja nix hast du jetzt eine handeln nix nix wer will die braunen straßen wer will die braunen straßen wer will die braunen straßen ich will da selber handeln hier gucken sie mal wo ist denn das was wollte ich denn ich will das hier gib mir das das ist ein guter das ist ein guter handel was möchten sie handeln hä warte mal hat sie macht das nicht dann kriegst du lieber von mir die zwei roten weiß warum von dir die zwei roten ist das jetzt ein guter handel ne ich glaube nicht hast du doch keine von der roten straße ne den will ich nicht das nächste mal was niemals das nicht apex das war ein guter handel das war ein guter handel ne es geht darum weil die bahnhöfe geben mir ja nur 100 was will der was will ctex mit der roten straße wenn er davon keine hat ja der will sie dir nicht geben ja vielleicht will ich ja mit lydia handeln mit der roten straße mit dir handle ich nicht das hast du auch schon mal gesagt ist ok ist ok alles klar wow mann du ziehst einen anderen tisch äh ctex wir können handeln ich hab noch ne gelbe die du brauchst ja guck da du schuldest ihm sowieso noch 100 ja das hat er direkt abgebrochen 100 kriegst du nicht gott sei dank ey ach man kann ich nicht mal Glück haben weißt du denn er hat die hotelzeit ich wollte dich nur mit der roten die blaue der erhandeln von dir aber bin du nicht so gut so halt nicht was rot mit blauen erhandeln was ich hab doch die schlossallee ach so ja was hab ich davon zwei billige bahnhöfe wo keiner hinreisen will in coronazeit ihr zug beginnt jetzt hoch ich wollte auch noch gar nicht würfeln ok warum so hoch hast du schneller rumkommst ja das ist nicht gut manchmal muss man den preis bezahlen da guck dir an alter der verdienten geld mhm viel glück ihr kommt jetzt so oder so raus mach meno noch eine runde drin bleiben je ich muss jetzt 50 bezahlen ja bin ich jetzt drauf oh warte ich könnte noch eine drin bleiben schon wieder da guck dir das an alter der wird steinreich im knast so viel kaffee und zigaretten im knast kannst du gar nicht kaufen dafür gibt es noch seife das braucht er nicht seife produziere ich selber sie sind dran gott sei dank gott sei dank wo schraust die text ja bezahl mal den fuffi ich bin marke hehehe oh die hat noch keiner ja und was soll ich mit der kann er sich nicht leisten ja boah da rastet der dreck aus mit 100 alter ja weil er ist die letzte die ihm fehlt wer echt ja das nicht sex hat doch gar keine davon ne der guckt